Hallo und herzlich willkommen! Endlich ist es soweit! Die Gewinner vom Chief 10 MK6 wollen endlich ausgelost werden und dementsprechend legen wir los. Es sind 138 Kommentare geworden und ich habe angekündigt und dazu stehe ich auch, alle 15 Kommentare kommt ein neuer Code und in dem Fall sind es knapp sogar dann 3 mehr als für die 9er Grenze. Also in dem Fall gibt es 10 Codes für euch, also ich denke da ist die Chance doch gar nicht so schlecht. Diesmal wird es aber ein bisschen schwieriger für die Gewinner, nämlich dass sie mich anschreiben müssen. Warum ist das so? Ich zeige es euch einfach. Wir gehen einfach mal hier neben das Video, sagen hier wir laden nochmal neu, ich habe nur geschaut ob es geht. So, in dem Fall lädt er jetzt und dann Randomly Pick Winner und gewonnen hat PG Legend. Ich schreibe mir das mal schnell auf. Jetzt zeige ich aber euch gleich, warum ihr mich anschreiben müsst. Weil, wenn ich hier auf PG Legend gehe, komme ich hier auf diese Seite. Bei ihm geht es lustigerweise. Wir zählen jetzt mal den nächsten und dann zeige ich euch hoffentlich anhand dessen, warum es nicht geht. So, jetzt gehen wir mal auf den und schauen mal, ob es bei dem, bei dem ist es so, da kann ich es euch zeigen. Und zwar, mir fehlt hier die Möglichkeit ihm eine Nachricht zu schicken. Das geht hier leider nicht. Ich zeige euch mal bei RioCut, wie das normalerweise aussehen sollte. Das heißt, bei RioCut gibt es hier diese Leiste, die hier eben bei Schnapsdossel gefehlt hat und dann gibt es hier den Reiter Kanalinfo. Und hier über den Punkt Nachricht senden, da könnt ihr mir dann in dem Fall das gleiche bei mir einfach machen auf meinen Kanal, Übersicht, Kanalinfo und dann Nachricht senden. Dann müsst ihr, also die Gewinner, mir eine Nachricht schicken, weil wie gesagt, ich kann es bei euch leider nicht. Da gab es irgendwo eine Änderung, aber in dem Fall, wie gesagt, schickt mir eine Nachricht, dann kriegt ihr von mir den Code. Anders geht es leider nicht. Also, Pegglectioned, Sir Schnapsdrossel. Nummer 3 ist der Thomas Gruber. Nummer 4, Infanterist 03. Nummer 5, der Wolf. Nummer 6, Adi Redrum. Adi Redrum. So. Dann haben wir Hashi Heinonat. Jetzt muss ich nochmal selber nachzählen. Wir sind bei 7. Kommt der Achte. Ballern LP. Nummer 9. Ein sehr fleißiger Kommentator, JVM. Und der letzte wird in dem Fall an Flowfighter 01 gehen. Aber keine Sorge, das waren jetzt nicht die letzten Keys, die es geben wird, sondern da kommen schon noch einige. Aber wie gesagt, ich lasse mir da was überlegen, ob ich es dann vielleicht wirklich mit E-Mails mache, dass ihr die E-Mails schreiben müsst, an wen es ich dann schicke oder ob wir das beibehalten. Wir sehen einfach mal, wie das so geht. Also, wie gesagt, diese 10 Leute, bitte macht es bei mir, das ist leicht. Geht es hier auf meinen Kanal, nicht auf RioCuts, ich brauche nur ein Beispiel. Also auf meinen Kanal, auf iCaramba. Geht auf Kanale Info, sendt mir eine Nachricht und schreibt, hey, ich habe den Code gewonnen, schicke ihn mir bitte zu. Dann bekommt ihr den. Nur ein bisschen Geduld dabei haben, weil ich bin nächste Woche unterwegs, beziehungsweise diese Woche. Und dementsprechend habe ich nicht die ganze Zeit, Zeit immer alles zu checken. Also, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 10 Gewinner an der Zahl und es werden auch bald wieder noch ein paar mehr werden. Bis zum nächsten Mal, euer E-Caramba. Bis zum nächsten Mal, euer E-Caramba.